Kinder-Club stellt vor! Hallo Kinder! Wollt ihr wissen, wie es den Ameisen heute geht? Schauen wir mal, was sie machen. Ach, das sind die Ameisenbabys. Sie gehen heute in die Schule. Eins, zwei, drei und wo ist das vierte Ameisenbaby? Oh weh! Wie sollen die Ameisenbabys jetzt lernen? Wir müssen eine neue Schule für sie bauen. Für die Schule brauchen wir sechs Blöcke. Lasst uns sie auf den Anhänger laden. Eins, zwei, drei, vier. Sechs minus vier ist gleich zwei. Zwei Blöcke sind geblieben. Wir brauchen noch einen Anhänger. Und los! Nun bauen wir die Schule. Zwei plus zwei plus zwei ist gleich sechs. Sechs Blöcke. Was fehlt noch? Richtig, das Dach. Die Schule ist fertig. Jetzt können die Ameisen auch lernen. So wie wir. Lasst uns noch ein bisschen rechnen. Zwölf Blöcke minus sechs Blöcke macht sechs Blöcke. Elf Luftballons minus acht Luftballons macht drei Luftballons. Zehn Stück Obst minus sieben Stück Obst sind gleich drei Stück Obst. und neun Ameisen minus fünf Ameisen sind vier Ameisen. Tschüss! Abonnier den Kinderclub-TV-Kanal und schau neue Zeichentrickfilme jeden Tag. Das geht ganz einfach. Drücke auf den Knopf Abonnieren neben der Giraffe gleich jetzt. um und 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 Ja, 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 ja.